Von euch darf auch noch einer. So viel Fairness muss sein. Sind die letzten beiden? René legt vor. Wer startet mit euch? Triple wird hier gefordert. Hier kommt René. Aufgepasst! 10, 9, 10! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 2, 1! 2, 3, 2, 1! 5, 6, 7, 8! 4, 7, 9! 5, 6, 8!